Guten Abend, Grüezi, Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Würste sind uns heute gar nicht Wurst. Herr Weber, wir haben es gehört, es geht um die Wurst. Was für Arten gibt es da überhaupt? Bei der Produktion unterscheiden wir drei Gruppen. Die Kochwürste sind die, die in der Regel mit gekochtem Fleisch hergestellt werden. Wie Schwartenmagen, Streichlebenwürste und im Spätherbst wieder die feinen Blut- und Leberwürste. Dann die Rohwürste. Dazu gehören Salami, Salsitz oder die Landjäger. Diese werden geräucht oder an der Luft getrocknet. Und schliesslich die grosse Auswahl der Brühwurstgruppe. Wie Servala, Wienerli, Schweinswürste oder der Aufschnitt. Diese werden geräucht und gebrüht und einzelne Artikel auch nur gebrüht. Aber viele Wurstsorten kommen ja schon morgen direkt von der Zubereitung in die Gobe. Wie arbeiten Sie das? Mit der Produktion fangen wir morgen bereits um 5 Jahre an. Aha. Was für Fleisch hat es jetzt zum Beispiel in einer Servila von Gobe? Gobe informiert Sie da ganz genau auf der Packung. In absteigender Reihenfolge hat es Rindfleisch, Speck, Schwarten und Schweinefleisch drin. Aus diesem wird ein Brät gemacht. Darum werden die Servala so fein aromatisch. Herr Weber, haben Sie unseren Zuschauern vielleicht noch einen Tipp? Gerne. Machen Sie aus einem Servala doch einmal so einen schönen Grillspieß. Einfach die Servala in Ruggali schneiden und zwischen Käse, Pepperoni, Tomaten und Siebel an den Spiess stecken und grillieren. Einen guten. Dankeschön Herr Weber. Sie sehen, beim Gobe Metzger sind Sie gut beraten. Und jetzt kommen wir zu weiteren Aktualitäten dieser Woche. Dreimal täglich ein Apfel. Das ist ein wirksamer Fitness- und Schlankheitstipp. Und bei Gobe gibt es jetzt ein grosses Angebot von diesen baumfrischen Schweizer Apfeln. Also Gesundheit miteinander. Gobe gibt Ihnen immer wieder die Gelegenheit Neuheiten auszuprobieren. Neu bei Gobe ist das Bounce Wäsche Weichtuch. Das Bounce-Tuch einfach zusammen mit der Wäsche in die Tömbler geben und die ganze Familie hat das neue Gefühl von Bounce. Weiche, frische Wäsche, die länger frisch bleibt. Und zwar ohne die lästige, statische Aufladung. Bounce – eine Neuheit bei Gobe. Probieren Sie es. Und jetzt gibt es gleich noch etwas zu probieren. Wir schalten über in die Studioküche zum Gobe-Rezept dieser Woche. Überraschen Sie Ihre Familie doch einmal mit einem selbstgemachten Apfelstrudel. Aus einem Kilo Apfel, einer halben Zitrone, gemahlenen Haselnüsse, Sultanine, Zimmet und Zucker haben wir die Füllung vorbereitet. Der Einfachheit halber nehmen wir fertigen Kuchen- oder Blätterteig, die Ihnen so dünn wie möglich ausfallen und auf ein Küchentuch legen. Der Teig ist mit Anken bepinselt und jetzt kommt die Füllung darauf. Schön gleichmässig, aber nicht ganz bis zum Rand. Wir verteilen sie am besten mit einem Spachtel. Und jetzt kann man den Teig schön zusammenrollen. Die Enden werden nach unten herumgeschlagen und dann mit der Not nach unten den Strudel auf ein Küchenblech legen. Mit einem restlichen Anken bepinseln und 45 Minuten im Ofen backen. Nach dem Abkühlen kann man den Strudel mit Buderzucker bestreuen, aber noch viel besser ist er mit warmer Vanillesauce. Das Rezept ist in der Coop-Zeitung und ich wünsche Gute. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop alle Midi-Confitüren im 1kg Glas 70 Kg günstiger. Drei Servilas statt 2,40 Kg nur 81 Kg. Ein Liter Coop Mineralwasser statt 50 Kg nur 40 Kg. Zwei Becher Tantamflas statt 1 Franken nur 75 Kg. Und nur morgen übermorgen und am Samstag. Brüsseler Antifi 500g nur 1,40 Kg. Hier noch der aktuelle Preisschlager. Sechs Rollen Toilettenpapier Hackle Superflausch kostet jetzt nur 4 Franken. Und das sind die Rotstiftpreise von Ihrem Coop-Warenhaus. Ein Römertop für 10 Franken. Ein E-Mail-Pfannenset 5 Stück 35 Franken. Frottierwäsche reine Baumwolle per Kilo 19 Franken. Ein Flanell Nachthemd 17 Franken. Und die Switch Arts 15 Franken. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch.